12 stunden livestream wird auf jeden fall eskalation wie viel geld hat dein mikrofon ein mikrofon wie viel geld hast du bruder bruder wie viel geld hast du? wie viel geld hast du? potter fließt wohl bei dir? auch wieder mit zahlreich kohle wie ich da gerade sehe da funkelt mir sowas grünes an durchs rauchen kann man besser kacken hä? digga was? wir hätten das so aufgestellt wo bleibt eigentlich x durchfall digga x der durchfall wo bist du hin? wir könnten jetzt gerade dein fachmännisch jetzt ein bisschen gebrauchen sind giftstoffe in aroma drin du davon wächst dir eine vagina oooohh 12 kills zum abschluss oooohh was ich bin eigentlich so laut ne mein vermieter wird mich so umbringen angel zieh mal an deiner e du ich entscheide wann ich daran zieh hallo ich bin's geraped von ich bin ein mark es ist zu spät dass ich hier irgendwo digga hat mir nen turn und des vergeltungsgrauens gegen du bist in den piss alter ich find den draussen wund jetzt will ich mir das annehmen digga hat mir nen turn und des vergeltungsgrauens gegen du bist in den piss alter ich find den draussen wund hihi 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 hihihi 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 what the fck man viele stunden haben wir jetzt schon gestreamt 8 oder so ne? boah 8 stunden 33 fck man wir sind so gebumst Leute jetzt kommt unsere deutsche Fodder Boah ich hab ihn mit der Granate aber sowas von gebumst Hey Leute jetzt kommt unsere deutsche Fodder Boah ich fick euer Leben alter Boah Oh shit Oh shit man Triple kill alter Get on my level man Sledge kommt jetzt von der Seite Erster weg Zweiter weg Ja Moin War ja fast wie auf dem Kindergeburtstag Digga egal wie alt Mike ist Er hat mehr Geld am Start Als die meisten hier Wir haben ja gestern gesagt er ist in so einer Villa Mit so Hunden und so Chicks Ja man und dann wenn ich bei ihm bin Kommen so zwei Brünetten raus und dann so Ey der Meister wartet um Ich bin 21 Dann liegt er in so einem Bett so in so einem Himmelbett Ja man wird so mit Trauben gefüttert Angel Ehm Verarscht die Leute auf dem Discord Er möchte 10 Euro PSC Dass er in den Channel rein kann Alles klar Ja Moin Oh Hoodygen Digga du kannst einpacken Ja ich hab den heftigsten Tod meines Lebens Digga ich hatte gerade so dicke Balls Dann werde ich so gebumst Achso Boah schöner seit ein Headshot hier Digga wie alle da rein kommen wollten Boah shit er wurde so gemeldet Boah shit er ist ja 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 Ich höre seine Schritte nicht. Digga! Yes! Denkst du, du kriegst mich hier mit dem Schocker? Digga, dann bin ich geladen, dann mache ich hier den hier. Digga, zu früher Stunde. Wir haben die zwölf Stunden erreicht, Freunde. Zwölf Stunden sind rum, da wird die Kamera doch mal easy angemacht hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!